Fump. Moment. Das heißt Flop. Fump. Nee. Zuck. Oder Dengel. Wer sagt an? Ich kann an sagen. Mach du. Mach du. Willkommen zurück bei Path of Exile. Wie beim letzten Mal versprochen, betreten wir nun den Chip. Machen wir das jetzt? Lass mal was anderes machen. Lass nur mal zu in die Straße runter gehen, oder? Okay, okay. Dann lass uns. Nee. Das wäre jetzt doch gekloppt. Ich gehe jetzt auf den Pfeffer. Ach Mann ey. Ich hätte das jetzt durchgezogen. Ja dann tschüss. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Was sagst du? Warte, ey. Hallo. Hier redet jemand. Ja, ich. Das einzige Wort, was ich verstanden habe, war tot. Besprechen die auf Deutsch mit dir? Bei mir hat sie well gesagt. Well. 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 Wahrscheinlich sowas wie gut durch. Weil ich nur halt auf tot. Well. 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 Wäre es gut durch? Well dead? Well dead. Ja. Ich hätte meinen Steak gerne tot. Ja. Warum? Also du willst, dass das Tier zweimal stirbt, wenn es so richtig durch ist. Ah, da sind sie! Sie sind Corsa! Oh mein Gott! Geister! Wer ist das denn? Sie sind fein! Wir sind ja nackig! Oh, wer ist das denn? Oh nein! Wer ist nackig? Wir sind nicht nackig, das sind Geister. Hab jetzt hier mal angerempelt. Huch, wir sind schon recht fortgeschritten hier, muss ich sagen. So. Wir sind total einfach, äh, wir sind da, aber nein, aber das ist doch hier. Ja. I'm going, oder? Ich bin aufgesteigelt. Oh, Kratz! Uh! Jetzt hängst du, Alter. Ihr macht die ganze Zeit die... Jetzt kann ich endlich hier Live-Legion auf Normal haben. Oder kann ich das? Du kannst Live-Legion? Was soll denn das? 5% des physischen Schadens werden als Leben angeschlopft. Hey, wir sind hier doch aber auf YouTube und die besten Twitch. Oh, ja! Ein Dings! Ein was? Keine Ahnung, wo es leuchtet, man kann es anklicken. Stein. Stein. Ein Stein! Nein! Das ist ein Stein! Für mich sieht es aus wie ein Altar oder sowas. Das ist irgendwie... Ich sehe auch eine Geschichte hier. Ja. Oh! Blau! Spannend! Oh mein Gott! We entertaines bayern. Was kann denn? Eine Geschichte mag her echt schön sein, aber irgendwie habe ich da nicht Lust, mich damit zu beschäftigen. Nöööö. Es gibt keinen. Und es kommt auch gar nicht so drauf an. Aber es kann ja auch trotzdem sein, dass ich plötzlich ein Spiel ankomme, dass es richtig проächst genug lohnt, dass es so was gibt. Klar! Aber man darf aber nicht vergessen, dass wir hier ja schon ziemlich viel quatschen und weil das Spiel kostenlos ist, dann können sich Leute, die sich für die Geschichte interessieren, selber antun die schönsten wir möchten hier bitte sehr objektiv sein stiefort objektiv hier ist ein schiff wie geht es runter wir runter ja und apropos objektiv hier geht es runter ja ich habe es verstanden aber ich wollte zugeben dass es gut war es lag einer präsentation das ist du hast ja schon wort wird objektiv gemacht leute erstellt euch schnell einen charakter jetzt die letzten minuten ab geht es ich muss mir eben aus der partie hier raus gehen es soll ist wenn einfach hier effekt feuerwerk ist und irgendwann fallen die leute um ich weiß nicht ob es selber der verantwortliche war vor allen dingen ob du ja okay du nicht aber vielleicht wie bei präs ob er dann selbst stirbt ja ich sterbe doch quasi nie ich verskill mich nicht weil ich gar nicht gar kein skill mehr verteile hier stimmt wenn man nichts macht sondern uns falsch machen ja das ist die überlegung ich habe neulich schon die schuhe da kann jemand anders die finde ich gut der drogen ist ja mal fett geil die hand ist ja hier basti die rüstung ist gut für dich welcher ist die silken west oder ja die hat intelligenz drauf ich weiß nicht ob das besser ist ich guck's mir mal an so mach mal zack flop ich melke das mal so auf jeden fall es ist voll ungewohnt ich habe noch voll viel scheiße an mit der oh noch voll viel sinnlose klamotten habe ich an mit der Huse ja ja man ich habe mich gar nicht weiter mit perthore extra beschäftigt muss ich gestehen ich auch nicht muss man ja auch nicht ich hätte ja auch noch ein paar Sachen in der Kiste liegen die früher für den Macker hier durchaus ansprechen werden aber die packe ich mal nicht aus weil wir brettern ja auch so ganz gut hierdurch auf jeden Fall ja ja hier zu dritt muss man ja eigentlich wir sind zu viert äh ich sehe immer nur drei grüne Balken und ich bin nutzlos ja deswegen bin ich hier quasi zu dritt nee Fred und Rahm machen halt die ganze Arbeit ich schieße auch nur ab und zu mal so ich renne einfach hinterher und wenn ich wenn ich die roten Balken sehe dann sind die schon tot wollt ihr vielleicht vorgehen oder so hast du das Gefühl dass du die Arbeit machst oder dass du auch nix machst ich meine wenn wir uns zweimal drehen dann war es das ja eigentlich schon hier ist wieder einer hier ist wieder hier ist Strangle Charm du meinst bei der solche bei der solche Robo-Persäte auf jeden Fall naja das drehen macht ja auch verdammt viel Schaden ja das sieht als Zeitung ist gut aus wuhuhuhu so was haben wir denn einen Zepre einen Bogen doch Zepre was hat der denn hier evasion rating ich hab auch noch einen Bogen für dich ne ich hab einiges für dich ja 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 also jetzt nicht hier aber die Rahmen schon angekommen ist schön nimm mal den ja guck mal hier gibt doch noch was da Allflame jetzt hab ich die Allflame habt ihr die auch? ich äh ja jetzt hab ich auch die die müssen wir jetzt untersuchen die Allflame oh jetzt kann ich nicht fragen dann müsst ihr die Allflame mitnehmen ja hab ich gemacht sie 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 müssen wieder zurück wa? wir müssen einen hoch da ist nämlich der Macker der Captain äh zack ach hier sind sie mal reingelatscht hier wie ist sie denn gelaufen? nee das ist ein zweiter Ausgang glaube ich oder? ja ein sekundärer Ein- und Ausgang hier kann man nämlich nicht nee hier kann man nicht mehr rein das ist nur ein Ausgang hier ist das Hintertürchen oder was? ui ja das ist ja auch ja klar dass wir da durchbrechen so hier müssen wir unten da ist ja immer wieder schön mit euch nice find mich auch immer wieder schön mit euch achso nur dann nur dann ja ansonsten nicht nö machen wir dich erst komplett ja ihr seid die anderen Teile meines Kugelmenschen-Daseins das ist ein bisschen witzig wie Ram und ich die Leute hier einfach verpaddeln das sieht so ein bisschen aus wie ein Paddel das stimmt wir sind ja auch bei Schiffschrallen ja weil hier Macker ist stark geht doch mal um mein Ohr ist so du wirst du mir nicht abnehmen was ist denn hier los oh der will aufs Maul oh oh hier Captain Fairgrave oh Captain Fairgrave Kapitän ja ja ich hab auch jetzt aufgehört mich zu drehen ist ja auch nur noch einer da habe ich nicht irgendwie ein Eis das ist ja der Kapitän ja oh der lebt ja noch cool ne ach der ist ja da Longbow und an oh und Slippers ist aber alles nichts für mich das ist viel zu viel zu stoff stoffig ja das darf ziemlich so anspruchsvoll sein echt hey oh man oh das hier ist ja schön ich will davon nichts haben obwohl ich hab ich hab keinen Platz mehr wir müssen uns ne Paddelformation überlegen haben äh äh was machen wir denn so kann man dann super der eine von rechts der andere von links und so warum machen wir eigentlich von verschiedenen Seiten aus ich äh du bist spiegelverkehrt einfach ja aber warum ich weiß nicht aber so kann man super die Gegner paddeln als ob wir ein Vogel wären oh guck wir müssen noch weiter ne wir fliegen ich hab jetzt ne Quest noch weiter wollen wir da noch weiter gehen ähm achso Basti macht ja grad noch ist ja das 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 ist ja 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 das ist ja toll ui wir sind ein Orkan sturm der Liebe ich hab keinen Mahler mehr sturm der Liebe äh ladies wie sieht's eigentlich aus so ich glaub das wird jetzt ich glaub ladies wird jetzt das Zitat äh des Let's Days ich weiß nicht das ist halt einfach schon so dass wir hier relativ viel also das machen hier Franz der sagt das ständig gibt's hier nicht ein Checkpoint oder so du hast recht ich bin ja auch noch zu haben ladies hier gibt's äh ich weiß nicht ob es hier so ein wichtigen Punkt was sagst du da was habt ihr euch verstritten oder was nein nein aber ich hab Basti schon gesagt dass meine Eltern nicht akzeptieren dass dass ich ein Döde in die Farbe bin ach die Eltern sind jetzt schuld ich verstehe die Eltern du wird sonst enterbt der Mann ja ich kriege keine Schulden wenn meine Mutter und mein Vater sterben ich kriege keine Schulden vererbt und das möchte ich umgehen einfach was ist denn hier los treff ich die nicht oder was was hier los jetzt sitzt du dich schon weiter hier oder was ohne hab ich jetzt genau was machst du denn hier da ist doch hier der 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 Typ da der ist doch extra hier besonders hier oh schock ey mann ich komm hier immer da bist du bist du aufgestiegen ich bin glaube ich aufgestiegen ja hier Iron Graves alles oh das ist nicht schlecht alles toll hier total toll und vor allen Dingen Rahmen kloppt schon die nächste Gruppe wir ich hab nie das war nicht überhaupt das war Brette vorgelaufen ist ey ich suche halt ich suche den den Waypoint hier ja das sag das sag ich auch ständig ich bin verwirrt was ich bin verwirrt ganz einfach was ist hier los oh meiner Mumu brennt das geht so nicht das ist wenn man halt äh Fisherman's Friend äh vorher isst das sind keine Zipkin Moment wo hast du denn deine Mumu Fred nein nein äh ich hab vorher Fisherman's Friend gegessen deswegen brennt deine so Fred weißt du dann würde mein Arsch jetzt brennen ihr seid mir so zwei Chaoten das ist unglaublich dieses Niveau ich bin total anständig jetzt ab jetzt ja Fred versucht seit einem Jahr keine Obszönität mehr zu machen und letztens hat er was richtig Böses mit F gesagt wo geht's denn hier hin The Cops hier gibt's äh Gehen wir hier rein wo sind denn die anderen alle äh die anderen sind hier unten noch was da geht's aber echt noch weiter ist ja schlimm da ja dann müssen wir doch rein für die Quest Jungs müssen wir das ja wieso seid ihr denn woanders na weil wir eigentlich lustig wie dieses eine Tier hier aber ich dachte das geht äh warte doch mal sollen wir vielleicht mal einmal ganz kurz die andere Quest abgeben bitte dann könnte ich jetzt hier eine Portalrolle aktivieren jo mach mal mach mal warte ich hab eine bessere Idee mach mal das portiert uns aber nicht weg vielleicht ja doch doch ich bin weg ey es hat funktioniert krass ja so schnell geht das im Moment Magie ist es auch aber halt eine andere oh hier oh jetzt erstmal hier den ganzen Mischung book of skill ich hab keinen skill ich hab keinen Platz 11 bis 35 aber skill ist schön finde ich gut das ist ja mal hallöchen was requires level 15 fick dich was sagst du da ich hab gesagt requires level 15 achso wer braucht strengsch von euch ich brauche strengsch hier ich schmeiß mir jetzt zwei zwei Dinge auf den Boden funktioniert es hier ja ne kann doch einfach auf dein auf sein Porträt klicken ne es wird ne ich will ja nicht handeln ich wollte ihr sollt euch dann da rumkloppen das machen wir das machen wir das machen wir in der Arena dann könnt ihr euch drum prügeln hier kann ich nur zerstören das ist ein bisschen schade ich mach mal hier unwavering stance cannot evade enemy attacks und cannot be stunned das finde ich glaube ich ganz gut das ist so ein großer Knüppel hier auf dem skill baum das finde ich gut warum kann ich denn das book of regret nicht apply das kann ich eigentlich hier nehmen ich muss ja die punkte jetzt nicht direkt wieder zurücknehmen ha ich glaube jetzt werde ich nicht mehr eingestunt hier so so wer von euch möchte einen helm mit maximum energy schild 8% rarity found 10% fire resist und 8 physical damage resist ich brauche auch kein schild ich bin zweihand drauf haue typ wo seid ihr denn jetzt seid ihr immer noch in town nein das ist ja kein schild ihr seid pfeifen das ist euer energieschild ihr habt mir überhaupt nicht zugehört ne das stimmt sorry das ist nicht so schlimm was ist das für ein item item das ist ein cop cop ja dann geh mal her möchtest du den das kann ich aber jetzt nicht oder doch kann dich ja anhandeln anhandeln du sollst mich nicht anhandeln wo ist der handeln ich bin in der stadt da ist er direkt neben mir trade bin ja versucht jetzt doch schon ein bisschen hier was gehen wir zum machen tools your offer das ist moment äh du musst ja du musst mir auch was operieren oh currency or unique items to out of place until you reach level 25 ja das ist ärgerlich das ist aber war das ein unique äh dings das ist ein gelbes ja oh achso gelb was habe ich denn hier eigentlich noch wie sieht es denn hiermit aus oh cannot trade currency or unique items muss man ja eben was antriebs antriebs level 25 ja schade machen wir das nächste mal ja dann müssen wir jetzt ganz schnell level 25 werden jungs und mädels das ist kein Problem machen wir jetzt schnell in der folge oder so ok die Folge neigt sich auch schon wieder ein wenig schon wieder ach das ist immer so schnell verprein wir sind bei Viertelstunde und ein bisschen sag mal diese Gems umändern in andere Farben da ähm muss man ja irgendwas für haben und zwar hier sind die Dinger noch äh ne hier ja die Doppel umändern wie macht man denn das hier wo da brauchst du 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 chromatic orbs brauchst man dafür chromatic und zwar 20 ne dann kann man eine Dings draus machen ne du brauchst hier einmal so ein ne chromatic da brauchst du einmal ein anderes Ding hier ich hab ne chromatic orb kannst du haben achso ne das funktioniert ja einfach so das ist man braucht nur eine chromatic orb ich hab da gedacht dafür bräuchte man versteht das ja ich hab's verstanden aber ich fail to apply to make sure that it's the right type and that it is not equipped achso ja ach nee den muss man erstmal abnehmen ich würde mich so auch auf die Brust ja es geht immer ums abnehmen genauer nicht blöde was die äh achso ja wir können ja nicht handeln funktioniert alles nicht ich hatte nämlich eine tolle Kette für dich mit 20 Intelligenz und anderen Gramm ja hast du gerade Rahmen gesagt ja ich hab Rahmen auf der Kette ja ähm das ist ja ekelhaft ey das fängt an zu stinken nach einer Weile boah Rahmen stinkt natürlich krass tja das ist ja das ist möglich ja für wen naja für wenn er bei dir stinkt ja okay es ist ja nur ein Name als ob ich wirklich jetzt hier ja ich ne ich möchte ja nichts sagen aber Basti sagte dass Rahmen stinkt die ist ne large äh äh Dingsbums du bist nicht wirklich paniert das schon aber gut ja was denkst du denn das ist mein natürlicher Schutzpanzer hatten wir eigentlich hatten wir eigentlich schon ähm geklärt vorhin Franz du hattest doch gesagt das Buch nimmt vier Punkte äh vier Plätze weg ne du kannst es auch einfach erlernen ja hab ich schon gemacht ja gut danke weil das muss ich gar nicht nutzen ne ne abgefahren das ist das was denn dusseliges ich meine jetzt hab ich ja auch wieder ein Buch und das mach ich jetzt und jetzt hab ich vier Punkte ich muss vier Punkte verskillen neeein wie verskillen naja ich hab jetzt vier Punkte fertig das hält sich doch nie oh man oh aber 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 nein seid ihr schon weg ne nein dann verskill ich mal damit was smashing blows was ist denn wie viel Quatsch ja ich bin jetzt das ist mir zu speziell hier ja ich würde nicht auch spezielle Waffen gehen hier mhm äh wollen wir tschüss sagen oder wollen wir noch weitermachen äh ne wir sagen nicht äh tschüss tschüss ist immer so so freundschaftlich ja eben dann auf Wiedersehen ja gehabt euch wohl tschüss ja tschüss Fred schreibt mir Sachen na das stimmt gar nicht ich war das nicht Fred hat geschrieben hey du da kleines Flitzchen zwinker zwinker was wo das hat Fred zu mir geschrieben ist doch richtig naja wie müsst ihr euch ja verstehen ne wollen wir mal die Folge beenden naja wir haben fünf Minuten lang nix gemacht das ist schön also ich hab geskillt ich hab auch nix gemacht wie wiederfährs gilt ja ok tschüss tschüss bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss